Also wir kommen zum Spiel Nummer 3. Augenmaß heißt das Spiel. Es geht darum, dass Teams die erforderlichen Gewichte abschätzen sollen. Es gibt drei Kategorien, Wasser, Schotter und Sand. Es gibt 90 Sekunden Zeit und mal gucken, wer näher dran sein wird. Also wir fangen mit der ersten Kategorie und zwar Wasser. Neun Sekunden Zeit. Ihr müsst drei Liter reinfüllen. Abschätzen, versuchen. Los. Ich glaube, wir haben ein bisschen weniger als drei Liter. Ich glaube, wir haben gewonnen. Ich glaube, weniger drin. Wollt ihr es mal sehen? Fabi, dreieinhalb. Ja, 3,25. Kategorie Nummer zwei. Sand. Wir brauchen ganz genau 1,986 Kilogramm. Und ihr in den Kommentaren könnt schreiben, wieso genau 1,986. Ich glaube, wir sind ganz gut. So, die Zeit ist um. Ich habe einen Kilo-Hantel. Ich habe versucht, einen Kopf, wie schwer ein Kilo-Hantel ist. Das hast du gut abgeschätzt. Wir haben es genäht dieses Mal. Genäht? Ja, absolut. Hast du es auch genäht? Ich traue meine Partnerin gerade, ja. Weiß die Aufgabe, aber okay. Wir haben beide sowas von nicht genäht. Aber nichtsdestotrotz, wir haben einen Gewinner. Also René mit seiner 1-Kilo-Hantel. Genau, 1 Kilo und 10 Gramm. Und hier haben wir 1,5 Kilo. Punkt geht an die Baumerlens. Das dritte Spiel wird das Entscheidende sein. Und wir haben die dritte Kategorie ist Kies. Und wir brauchen genau 1,9 Kilo. Also 1900 Gramm. Los geht's. Ich weiß nicht. Also, was sagt ihr? Ich weiß es nicht. Weißt du es echt nicht? Ich weiß es nicht. Okay. Was sagt ihr? Wirtschaft. Wirtschaft ist ganz gut. Ich glaube, in der Geschichte meiner Moderation gab es noch nie ein knapperes Spiel wie dieses. Oh, echt, ja? Ja. Ich glaube, Harry war so sicher, dass ich sogar denke, dass wir gewonnen haben. Oh! Aber ich weiß es, dass ihr es könnt. Genau 1,9. Genau 1,9. Und somit geht das Spiel an die Baumerlens. Glückwunsch. Wir haben aber noch ein Spiel. Mal gucken, wer das macht.